Ich habe ein neues Video hier auf meinem Kanal Eveltermann1997. Ich stehe hier in der Oberstation Thyssen in Duisburg. Eine Station nach dem Duisburger Hauptbahnhof. Und es gibt Neuigkeiten hier in Sachen Aufzug. Denn, wie ihr sehen könnt, wird der Aufzug komplett erneuert. Und diese originalen Ruftassen sind noch da, von Bruno Hack. Ich weiß nicht von welchen Hersteller der Aufzug gebaut wird. Jetzt erneuert wird. Ich finde hier gar keinen Hinweis auf einen Hersteller. Da sehen wir auf jeden Fall die Kabine. Diese zukünftige Kabine. Und man kann so ein bisschen nach ganz oben schauen. Bis zur Straßenebene. Bis ans Tageslicht. Früher bin ich öfters mit dem Aufzug direkt gefahren. Aus Langeweile. Leider ist dieser defekt. Und das schon seit über 3 Jahren. Und da fährt jetzt eine U-Bahn ein. Mit einer Straßenbahn. Und jetzt fahre ich wieder so zum Hauptbahnhof. Das war's auch schon mit einem kurzen Video. Hier von der Oberschrift von Thyssen. In Duisburg. Und das war's. Entschuldigung, wir müssen dieses Video schön. Und das war's. Es ist ein Video. Vielen Dank.